Das ist eine Sache von Andrzej Bunzol, dem polnischen Nationalspieler. Achten Sie, drei stehen in der Mauer, herrlich gemacht, wunderschön dieser Treffer des 1 zu 2. Ein klasse Tor aus anderer Perspektive. Schauen Sie auf die drei langen, die in der Mauer drin stehen, sich bücken und den wohlgezirkelten Ball von Roman Bunzol.